hallo und willkommen zurück zu einer neuen folge moonhubtas und wir gehen jetzt in diese hülle da rein und gucken was da drin ist ok ein wenig gold ja ich dachte hier war spannenderes drin aber offenbar nur gold also währung verlassen na gut gehen wir jetzt auch noch hier oben rein hier ist der ok da ist der was sie noch anfänglich sagen heute ist dass ich noch was ich gerade ein paar folgen aufnehmen und das so am stück teilweise aufnehmen deswegen noch erst später gucken muss wie denn ungefähr der ton ist denn so der ingame ton ob ich jetzt nur noch lauter machen muss ordentlich ich hätte ihn vorher schon mal ein wenig leiser eingestellt ja und ich hoffe nicht das war jetzt zu leise aber ich schütze man nicht mit mir nieder willkommen fließt du dem stand der logik dieser hunger nach freude ist mir bekannt ist meine frucht und ich habe dir gerade einen berg geändert schmalkt den du lässt meine seele singen tanze mit mir bevor ich dich ein stück erreißen tanzt nicht hörbaren rhythmen ein trommelndes berge ist das in deinen beinen pulsiert fünf glauben ok ok bringt mir jetzt was was mir bringt und was noch sage also sagen wollte und möchte ist dass in nächster zeit mein die tun kreative wesentlich besser sein wird da ist ein moment ich ein mikrofon haben werde und und das nicht damit dem nicht übers headset mache und durch sich alles direkt noch viel besser anhört als vorher so müssen wir jetzt hier lang geht's zum lager wo man euch hin hier sind wir monster sowieso müssen das nest ich habe mich gerade ob wir es hätten hier lassen also lassen können und dann immer wieder die dinge abfahren ok da lang cool ich habe ich habe eine neue person gefunden nice das handwerk ist gerade einfach nur super 2 3 auch Na, ich guck nicht, gibt's ja irgendwie, ok, jetzt bücken die Karte da unten, ok, in Ordnung. Ja, ich guck nicht. Ja, ich guck nicht, gibt's ja irgendwie, ok, in Ordnung. Ja, ich guck nicht, ich guck nicht, ich guck nicht, ich guck nicht. Ich guck nicht, 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 ich guck nicht. Ich guck nicht, ich guck nicht, ich guck nicht, ich guck nicht, ich guck nicht. Ich guck nicht, ich guck nicht, ich guck nicht, ich guck nicht, ich guck nicht. Ich guck nicht, ich guck nicht, ich guck nicht, ich guck nicht, ich guck nicht. Okay. 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 Einfach eine wunderbare Sonntrack. Und zum Lager. Ja. Das heißt, dass Chaos 500 verschiedene Pläne für den Untergang der Sonnkurs spinnierte, das sie ihn bedrohte. Alle wussten, dass Chaos auslichtbar war. Oft traf man ihn in Gedanken und Versunkenen. Okay. Wen spielt Augen der Priester schlossen Nishant? Dein Grund, dein Gruß nicht zu hören. Du hast die Niederwerbung als spielbarer Charakter für Zukunftsreisen verstanden, sobald du diese abgeschlossen hast. Ähm. Lass mal rasten. Die Außen holzt die Feuerreise. Gründ plus 5 Scham und 3 Ausdauer. Wind fährt durch das Lager. Oh, ein Errungsschaf. Paar zuzahrenden Windkreis. Wind fährt durch das Lager und das Feuer hützt. Und das eine selbst eine Frauenärzte ist. Danke für die Gabe. Ich mag roten Fisch. Wenn du ein Karpfen-Sandwich bereitest, teile ich schütze mit dir. Lächeln plötzlich erhebt sich. Sie fühlt sich und fliegt die monatliche Nacht. Ein Karpfen-Sandwich. Okay. Kann ich sagen, wir reisen mal zum Wasser. Da gibt's vielleicht... Waren wir nicht schon? Nein... ...dass ist ein Andere Idee... ... durch die Ein northeast move los. Dort, dort! Na ja, so gefällt mir das. wie ist der sterber okay doch einfach nur reinlegen okay ich freue mich was in zwei tagen passiert passieren wird der typ wird uns wahrscheinlich töten schon wieder und es ist doch dasselbe von eben nach blut jemand mit mir mut würde vielleicht hineingehen ah ich habe nicht genug mut okay man kann nur bestimmte sachen okay 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 so das ist nicht zu schwer gewesen haben wir noch irgendwas schönes das gebiet ist offenbar fast dasselbe also die art aber verschiedene sachen noch keine falle also ok so kann man auch schnell vorangehen kommen wenn man hier der mann wo anscheinend von clown als lösungspotals wirkt sich nicht aus der brust klammert sich ein primi verschwind meine schwester von mir das tanzt bis zu mir kommt ich bitte mal ich glaube ein drück ist ok ich habe eine unglaubliche reichweite damit ganz gut schon ziemlich nahes ich sehe es sich 8 8 ne 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 ok oh Oh, das ist ein Wölfe. Och, genug ist wieder Währung. Oh, oh, ganz viele, ganz viele, ganz viele. Und geschafft. Naja, super. Easy peasy. Moment, da will ich jetzt nicht unbedingt hingehen. Noch nicht. Noch was? Okay, was anwalt uns hier oben? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay, das war knapp. Nein, das Gold. Gut, dass wir so ein Verlangungsfeld haben. So haben wir ein Nest? Ne, oder? Ne. Okay, okay, okay. So. Was haben wir hier? Kriege zum Lager von uns. Da wollen wir jetzt mal an euch hin. Lass mir den Rest abklappern. So. Mhm. Ich werde jetzt mal vorschlagen, was gibt's denn? Wo geht's denn jetzt hier lang? So. Jetzt noch da lang. Kein Nestor so. Ach, Perjom ist wieder näher die Händlerin. Okay, so. Ja, ja. Ein berühmter Held. Das bist du. Ja, natürlich. Ichi, 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 wie sonnig ist, wenn du eine U-Balle ausgibst. Auf einmal ganz am Akzent. Gift Efeu. Ranken mit Dornen, vergiften Feinde. Okay. Das können wir machen. Das können wir sparen. Okay. Super. Wir bräuchten eigentlich jetzt nur noch 2... 2 und 30. Opale. Eine coole Fähigkeit. So. Hier folgt jetzt aber noch mal links lang und gucken, was es da so schön ist. Die Frau möchte ja, diese gute Frau möchte ja ein Eiersalat-Zendlsch haben. Dazu brauchen wir Karpfen. Ja, ungefähr so. Sprechen. Okay. Das passiert also, wenn ich das andere mache. Ich frage mich aber, was so schlau gewesen ist. Vielleicht greife ich mir aber später an, wenn ich knurre. Also, weil ich geknurrt habe. Okay. Okay. Auf zum Lager. Auf. Sieh mich gebrudeln. Ich wäre so gerne in diese Hülle da reingegangen. Ich bin nicht mutig genug dafür. Ich bin nicht mutig genug dafür. Gut, da hat er gerade gerockelt. Ich. Ähm. Ey. Ey. geht zum lager ja will ich du beginnst das lager für die nacht aufzuschlagen berg fertig nachdem der sommerkult der sonnenkult die wäldernäger gebrannt hatte wusste chaos dass seine seele nur heilen würde wenn er dämon fand die rachsucht von chaos ging in das bluteisern nachfanden war ok ok einfach nur genießen machen wir brot mit dem wasser müsste doch brot ergeben gespannt was die ergeben brot fladenbrot ok so es riecht nach rauch irgendwas brennt noch ein tag wie gemein wie zünden unsere wohngebiete an wo nicht gut dinge kann ich wirklich nur mitten angreifen wer da rein da geht sieht gut aus was da steht ich komme auch nicht hin schade ok nur ganz neue sachen mitten sieht jetzt nicht gerade schön aus hier oh ok 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 da sind sie plus pasiertes oh no greifen wir nicht an ok jetzt halten wir nicht an okay ein bisschen im kreis laufen hier ok ok oh oh das ist gar nicht gut diese Menschen sind ein bisschen stark sich da unten allerdings kann ich töten schnell und das war es auch schon hui luk, luk gehabt, lukki lukki oh oh gott ein bisschen kreistig, hier kann man auch noch von hinten eingreifen und das und und da war tu es und voller energie kicke aber gut, sachen zusammen muss ich sagen währung, ganz viel währung jajajaja hier ist noch eine hütte die nicht abgefackelt scheint da komme ich allerdings nicht rein ok fehlt mir irgendein Schlüssel oder so komisch mhm 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 oh ich mach ich mach negatoren schaden offenbar so das handeln nicht so so ausgestalt was haben wir hier Lager mhm 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 ok heim fertig nachdem die sonnenkeit die welle an mir gebrannt hat er wusste chaos dass seine seele nur heim würde wenn er den mund fand ok ok ich bräuchte das hier ich habe mich gefunden das habe ich aus dem erz hergestellt dass wir gefunden hatten ich wollte es gegeben hier ist gut seit nirg einer anhänger dass er mit china aussieht mit blühen um auf dem schluss hinein tragen du machst gut und ein halt best und kai ok jetzt tag frage fahren ja wo gehen wir jetzt hin das werden wir an nächsten folge erfahren bis zum nächsten mal bei moonhunters tschüss